Wolfgang Pauritsch ist seit der ersten Staffel Bares für Rares 2013 als Händler fester Bestandteil der Trödel-Show. Doch wer hätte gedacht, dass der Österreicher sich einst in adeligen Kreisen bewegte? Im Format Le Jeune plauderte der Antiquitätenhändler über seine Vergangenheit und verrät, er war schon mit einem Royal zusammen. Mit 20 Jahren habe ich eine tolle Frau kennengelernt und das war eine Adlige, so Pauritsch. Die Dame war 26 und hatte bereits drei Kinder. Damals sei es für den Bares für Rares Star die große Liebe gewesen. Der Vater seiner damaligen Freundin stellte jedoch klare Forderungen. Er musste seiner Tochter etwas bieten. So begab sich der damals 20-jährige Wolfgang auf Jobsuche, um seiner adeligen Liebsten etwas bieten zu können und arbeitete unter anderem als Wachmann in München. Um wen es sich bei dem Royal handelte, plauderte Pauritsch allerdings nicht aus. Klar ist aber, dass aus dieser Liebe am Ende doch nichts wurde. Heute ist der Händler nämlich mit seiner Frau Rebecca glücklich. 2010 gaben sich die beiden das Ja-Wort.